Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen bei mir zurück. Alle, die richtig gute Laune haben, euch empfehle ich das heute Video nicht. Ich muss, ich muss Dampf ablassen und ich sage alles, was ich in diesem Video sagen werde, sage ich so, wie ich es meine. Ich werde nicht, kein Blatt von, ich habe so die Schnauze voll, Leute. Ihr seht im Hintergrund, A, das erste Problem. Auf der ganzen Welt werden seit Tagen Leute geschadowbannt, weil sie in fucking Warzone 2 ein Hurensohn-Spiel gemacht von Wichser-Entwicklern für die größten Lappen auf der Welt. Ihr werdet gebannt, aktuell, sobald ihr, egal in welcher Runde in Warzone, 10 Kills macht. Und wenn ihr in Shipment oder in Modern Warfare 2 100 Kills macht, shadowbannt. Gestern, deutsches Warzone-Turnier, 6 deutsche Warzone-Spieler instant gekickt worden, nachdem sie im 10. Kill gemacht haben. Charlie Intel spricht darüber alle. Ich mache vor zwei Tagen ein Video, sage ich, Leute, die Lobbys, die ich spiele, das geht an meine Nerven ran. Zack, gestern 5 Stunden gestreamt auf Twitch und ihr seht im Hintergrund, ich werde irgendeine dieser Cheater-Runden einfach als Gameplay nehmen. Ihr könnt euch das angucken, durch was ich durchgehen musste. 5 Stunden streamen gestern. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich stehe morgens um 6 auf, ich arbeite 9 Stunden in meiner Firma, ich fahre nach Hause, kümmere mich um meinen Hund, ich gehe duschen, ich setze mich in den Stream. Oder ich setze mich, so wie jetzt, nach der Arbeit an Videos, schneide bis spätabend, streame meistens bis nachts, bis 12 bei 1, gehe 4 Stunden pennen, stehe wieder auf. Nicht, weil ich unbedingt die, keine Ahnung, 2000 Euro durch Twitter und YouTube mehr brauche oder weniger, na Hund, sondern weil es mir Spaß macht und ich sie Franchise liebe. 5 Stunden streamen gestern, Leute, ich war richtig müde, wollte trotzdem streamen, habe angefangen. 5 Stunden, 12 Hacker, 12 Cheater in 5 Stunden streamen und ihr seht es, Aimbots, Wallhacks, alles, alles. Aber ich werde mit denen in eine Lobby getan, weil ich geshadowbannt wurde. Genauso wie ungefähr 8 Milliarden Leute, weil sie entweder auf Shipment oder in irgendeiner Karte 100 Kills gemacht haben, was ehrlicherweise bei Modern Warfare 2, obwohl es ein Game ist für die größten Familienväter der Welt. Und ich habe nichts gegen Leute, die Casual Gamer sind, okay? Null Front gegen irgendwelche Leute, die einfach weniger spielen als ich. Aber dieses gesamte Game ist wirklich so aufgebaut, dass es keine Skill Gap mehr gibt. Also jeder kann jeden töten und damit kann ich leben. Aber wenn ich dann trotzdem einfach ein bisschen besser bin, weil ich seit fucking 12 Jahren jeden Tag 8 Stunden spiele, als Markus, der zweimal die Woche 10 Minuten spielt, wirst du gebannt, shadowbannt. Shadowban bedeutet, du findest gar keine Lobby, du findest Lobbys mit 3-400 Millisekunden Ping, was Unmögliches zu spielen. Oder du kriegst einen guten Ping und wirst mit Cheatern in eine Runde gehauen, die auch geschadowbannt sind, weil dieses Hurensohn-System von Daemonware, sobald ihr oft genug gemeldet werdet, automatisch euch da reintut. Und irgendwann, so nach ein, zwei Wochen, setzt sich dann da so ein Detlef-Activision-Mitarbeiter hin, guckt sich dann den Report an und guckt so, ja, cheatet er? Ja, nee, der tütet nicht, okay, ist wieder frei. Aber es kann genauso gut sein, dass ihr wieder frei seid und einen Tag später irgendwelche Lappen euch reporten. Wenn ihr gar nichts getan habt, ihr könnt 10 zu 80 gehen, kein Sprachchat benutzen, kein offensiven Namen benutzen. Wenn ihr 3, 5, 10 Mal reported werdet, Shadowban eine Woche. Das ist das System von Activision, einem Unternehmen, was in den ersten zwei Wochen von Modern Warfare 2 zweieinhalb Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Und haben ein Game gemacht, was den Leuten nicht mehr erlaubt zu spielen. In meinem Stream, Leute, das ist kein Witz, ich lade euch da zu Twitch sehr gerne ein, da ist es in der Regel sehr witzig. Da sind Leute, und denen glaube ich das, die kommen rein und fragen um Hilfe und sagen, ich habe mir MB2 heute gekauft, ich habe nicht mal eine Runde spielen können, ich bin gebannt worden. Und das sind Leute, die absolut ehrlich sagen, ich habe keinen Wallhack, kein gar nichts. Die starten das Game und werden gebannt. Ich verstehe es nicht. Und gestern, 12, 12 Hacker, wir haben den Streamtitel nach einer halben Stunde, weil wir die ersten drei Runden nur Cheater-Lobbys hatten, haben wir irgendwann mit einer Kanalwette gemacht und haben gewettet, ob wir bis zum Ende des Streams mehr als 10 Hacker finden. Und wir haben mehr als 10 gefunden. Und es geht mir so auf den Keks. Wisst ihr, dieses Game hat so viel Geld schon wieder gemacht, weil diese ganzen Familienväter und wir ja auch, weil wir COD-suchtig sind, das gekauft haben, nur mit dem Ergebnis jetzt, dass es halt komplett kaputt ist, Warzone ist komplett kaputt, diese Time-to-Kill ist absurd, ihr könnt nur eine Drohne kaufen, Loadout kostet eine Milliarde, ihr müsst euer Kind dafür verkaufen, Perks funktionieren nicht. Charlie Intel, ein Twitterer, muss die Vollidioten von Infinity Ward erstmal anrufen und muss denen sagen, eure Perks funktionieren nicht. Und Joe Seacott, der Hurensohn, sagt wortwörtlich zu ihm, das haben wir bei Infinity Ward nicht gewusst, da müssen wir mal dran arbeiten. Das ist übrigens drei Wochen her, die Perks funktionieren immer noch nicht in Warzone. Die Time-to-Kill ist das lächerlichste, was ich je gesehen habe. Sie haben den Sound der Fußschritte rausgenommen, weil sie nicht wissen, warum der so kaputt ist, also haben sie ihn ganz rausgenommen. Es gibt viel zu wenig Aufträge in Warzone. Ich dreh durch. Modern Warfare 2, das größte COD aller Zeiten. Komischerweise geht die erste Season schon seit, ich weiß nicht wann, ich glaube seit drei Monaten oder so. Die nächste Season beginnt aber nicht heute, sondern erst in vier Wochen, irgendwann 1. Februar. Wir haben zwei Maps bisher bekommen, seit Release. Shoothouse und Shipman, die wir glaube ich schon 15 Mal hatten, weil die Maps, die wir sonst haben, bis auf drei, absolut so langsam sind, dass kein Mensch sich das geben will. Ich habe Orion durch, wir gehen jetzt auf Mastery. Und wisst ihr Leute, ich kann damit leben, wenn das Game wirklich für Anfänger gemacht ist. Und ich habe mich damit abgefunden, dass Totenstille kein Perk ist und dass die Minimap nicht richtig funktioniert. Und dass das Perksystem absolut scheiße ist und dass wir keinen Spezi-Bonus haben. Und das, wisst ihr, ich habe mich die Time to Kill dort und die lauten Fußschritte und das langsame Movement und alle Gameplay-Entscheidungen, die absolut nur den schlechtesten Spielern zugute kommen. Mit all diesen Sachen habe ich mich abgefunden. Aber wenn ich dann fünf Stunden lang in Runden spiele, über Tage mit Leuten, die offensichtlich zu dumm sind, gerade auszurennen und bei Engine Owning für 50 Euro jetzt dieses Angebot gekauft haben, dann drehe ich durch und dann verstehe ich mich selber aber auch nicht, dass ich es nicht hinkriege, Interesse an einer anderen Franchise zu entwickeln, wo Gaming nicht so eine Zumutung ist. Und Call of Duty ist seit Jahren eine Zumutung. Vanguard war das unfertigste Scheiß-Game aller Zeiten und nach zwei Stunden haben wir gestern überlegt, ob wir Just for Fun Vanguard spielen, weil wir da keine Cheater treffen. Ich check nicht, dass dieses Unternehmen nicht in der Lage ist, ein richtiges Anti-Cheat-System zu implementieren, was wirklich funktioniert, was nicht auf Basis von irgendwelchen Meldungen gegen euch irgendjemanden bannt oder in solche Lobbys wirft mit Leuten, die 100% Headshot-Quote haben. Wisst ihr, ich weiß, es wird von Activision niemals einer gucken, weil die alle viel zu dumm sind, aber wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal ein paar Parameter in das Ricochet-Anti-Cheat-System setzt? Zum Beispiel, wenn ein Spieler eine Headshot-Quote bei 1000 Kills mindestens von 90% hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der vielleicht geschadowbannt werden sollte, höher, als wenn du mit dem Namen Shappy, ich weiß nicht, in welcher Sprache Shappy eine Beleidigung sein soll, außer das Gesicht von mir manchmal, wenn du dafür auch geschadowbannt wirst. Also im Prinzip, ich habe 11 Spieltage jetzt in Modern Warfare 2 und diesen 11 Spieltagen habe ich eine unfassbare 1,1 KD erspielt. Wisst ihr, warum die so scheiße niedrig ist? Weil jeder in dem Game mich töten kann, weil jeder mich hören kann, weil ich gottlose, ich habe Orion gemacht, wir haben jetzt 1000 Kills mit jedem Raketenwerfer gemacht. Wisst ihr eigentlich, wie euer KD runtergeht, wenn ihr auf Shipment verzweifelt versucht, 1000 Kills mit einem Raketenwerfer zu machen und die KD ist mir egal, aber da muss doch bei diesem System irgendwas erkennen, okay, der hat eine 1,1er KD, der sieht nicht aus, als wenn er cheaten würde. Ohne Witz, Leute, diese Franchise ist so beknackt mittlerweile. Sie ist wirklich so beknackt mittlerweile und ich liebe es zu streamen, ich liebe es Videos zu machen. Ich setze mich, wenn ich gleich meinen Holi weggetrunken habe, übrigens Leute, das hilft mir jetzt gerade, 10% Rabatt mit Code Shappy und Willkommensrabatt 5 Euro mit Shappy 5. Neuer Partner, sehr, sehr geil, dass ich da bin. Dann schwöre ich euch, dann kommt ein sehr cooles Video, was ich aufnehme, eins mit absolutem Realtalk über mein Berufsleben, über mein Arbeitsleben, über YouTube, über Twitch, über meine Einnahmen. Also eine Serie, die ich starte, ich werde sie nennen Road to Mastery, da lade ich euch gerne ein, erste Folge geht morgen hoch, da freue ich mich drauf. Aber ich habe den Stream für heute abgesagt, weil ich es nicht mehr ertrage, jede Runde gegen Hacker, Cheater und Vollidioten zu spielen, in einem Game, was sowieso nicht für mich gemacht ist, weil ich eigentlich zu gut dafür bin. Also, ich habe mir irgendwie jetzt auch nicht aufgeschrieben, Quintessenz des Ganzen, Leute, ja und Quintessenz, wenn ihr in Warzone 9 Kills habt, lasst euch lieber, geht lieber aus der Runde raus, ansonsten riskiert ihr einen Shadowbund von mindestens 24 Stunden. Wenn ihr auf Shipment unterwegs seid und eine gute Runde habt und irgendwie bei 95 Kills seid, geht aus der Runde raus, glaubt es mir, Leute. Es ist Bullshit. Jeder, der in Warzone mehr als 10 Kills macht, fliegt aktuell raus, wird disconnected, hat mindestens einen Tag Shadowbund. Zweieinhalb Milliarden Dollar Umsatz in zwei Wochen und wir haben so eine Scheiße nach drei Monaten Releasezeit.